Servus Leute, heute geht's um die Quest Test Drive 4, da muss man mit der RPD 20 Kills auf Shoreline machen. Und bei der RPD kann man nicht viel modden und man muss da so ein Scope nehmen, was oder ja, Red Dot Scope, was auch immer, das nicht gerade so gut ist. Ich hatte da ein bisschen Bedenken, dass das Ganze ein bisschen dauern wird, aber es lief dann besser als gedacht und ich hatte echt einige gute Runden mit dieser Waffe und ging echt gut und ich hab da zwei Raids, die hab ich euch mal zusammengeschnitten. Ich will's euch nicht zu arg spoilern, auf jeden Fall, ja, Shoreline, Resort, RPD, mehr sage ich nicht, schaut's euch an, war sehr unterhaltsam und ich bin übrigens lasst täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ich weiß, dass er da ist. Er hat sich hier, hier irgendwo unten versteckt, da hab ich ihn gehört. Aha, er ist nähen angefangen. Jetzt hat er aber hier die Shots drin gehört, jetzt kommt er hier garantiert nicht mehr rein. Ja, zwei RPD-Kills. I take it. Paid Actors, heute wieder on point. Steht er da hinten echt und zeigt sein... Ich weiß nicht, okay. Es waren zwei. Komplett richtig angeschätzt, diese Situation. Gar nicht so schlecht, die RPD. Gar nicht so schlecht. Ich würde es bevorzugen, wenn das hier auch ein Spieler war, aber leider nicht der Fall. Gut, die. Machen wir ein wenig Looty, Looty. Ich hab' echt nicht gecheckt, dass ich oben entlang gelaufen bin. B-Pod geht dran, klar. Warte. Aber bis ich da aufgelegt hab' und sonst was, ne? Hey, Markus, servus. Ja, viel durch Arena. Ja. Versteidung. 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 noch direkt hier Alright Der wollte bloß schnell questen, ich weiß Wollte bloß warten, bis er raus ist aus dem Raum Wenn der checkt, dass ich da rein während er im Raum ist, dann kommt der da nie raus Jo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die sind am Dach Ah, die kommen hinten runter Fuck Da renn sie No, es sind alle drei da hinten runter Sag mir bitte, ich hab einen Nee, fuck Go Scheiße, weil der Scheiß-Geff mich unten verraten hat Was ist das? Okay. Fuck. Haben wir schon noch alle drei. Let's go. Let's go. Sechs Kills in einer Runde. Wundervoll. Was soll ich sagen? Das Gute ist, ich hatte den einen angeschossen und deshalb sind sie da geblieben. Deshalb sind sie da geblieben. Der eine hat sich geheilt und war eine Truppe Anfänger. Dexter, danke schön für die fünf gegifteten Subs. Und Leute, werden wir schon drüber reden, ne? Macht mal hallo YouTube im Chat. Verewigt euch, das war eine gute Runde. Sechs Kills mit der RPDN für Test Drive 4. Punnete Sprays und sowas. Dreier Team gekillt. Waren zwar ein paar Anfänger, aber hey, Kill ist Kill, ne? Matze, nice, GZ. Macht mal hallo YouTube im Chat. Und Dexter, danke schön für die Subs währenddessen. Gut. Den im Gang habe ich auch nicht geludelt, ne? Reiner Kalkopf. Okay. Sind natürlich jetzt genauer da reingekommen, ne? Ja, es gibt halt mal so Phasen, wo man sich denkt so. Zwei. Möglicherweise drei. Moin, Valja. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sagt er, kann ich schnell nachladen? Sagt er, kann ich schnell nachladen? Sagt er, kann ich schnell nachladen? Er hat sich selber abgelenkt mit seiner eigenen Granate Nice, drei Kills Oi, oi, oi Aber laber Wo kommst du her? Das ist er, den hab ich gesucht Ach du Scheiße ey Das ist ein Spieler Wie hat denn der sich hier reingeschlichen? Den hab ich die ganze Zeit gesucht Der mit der RPD, der rübergerannt ist Alter Was ne Runde von ihm, krass Einfach nur am rumtun gewesen Da war echt was los Besonders ich hab ja nicht mal alle gekillt Einen hab ich gelootet, den hab ich nicht gekillt Aber einige am Test Drive 4 machen Gut Solche Runden sind immer schön Wenn man dann auch noch als ultimativer Gewinner rausgeht Passt Mauer, hallo YouTube im Chat, kommt Mauer, hallo YouTube Den draußen eigentlich liegen lassen Ja, schau wo der lag Macht mal hallo YouTube War doch ne gute Test Drive Runde Zwar ne halbe Stunde Eins, zwei, drei Ja Vier, fünf Fünf Kills Gestern auch schon ne Sechs Kill Runde Vielleicht schneid ich die für YouTube zusammen Mal sehen, mal sehen Könnte doch ein interessantes Video werden Mal sehen, mal sehen